Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind immer noch hier, in dem Dungeon. Wir spielen natürlich immer noch, nicht vergessen, Monument Island 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel dem Slabit. Nein! Oh Gott! Was wollte ich sagen? Ich vergesse ganz meine Worte. Ich wollte sagen, wir sind auf der Suche nach Diamanten. Und nicht zu vergessen, das ist wichtig, die Eye of Ender. Ich schätze mal, dass wir welche brauchen für das Endportal. So, die Frage ist das jetzt... Endlich! Weg damit! Okay, da müssen wir rauf. Wir brauchen also... Gut! Schwert! Weg damit! Nett! Wir haben endlich mal... Das hier... Infinity! Infinity! Ja, ist klar! Gut! Wir haben endlich mal wieder was auf dem Kopf! Zorns und was war das noch? Blast Protection, bla 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 bla! Das ganze gute Zeug! Guck nicht! Guck nicht so! Ist halt so! Ne? Oh, oh, oh! Wir waren schon so dicht da dran, ey! Hooli! Zup! Zup! Gut! Den Teil haben wir abgeschlossen! Fantastisch! Oh! Wir brauchen unbedingt mehr zu beißen! Das sieht knapp aus! So! Run, 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 run! Haben wir Blöcke? Wir haben... Keine Blöcke! So! Wir gehen mal kurz raus! Wollen wir aufs Spawn achten! Und Boxen! B-b-b-boxen! Pssst! Oh! Silverfish! Da! Äh! Nicht durch! Kapschack! 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 Mit der Pig-Ex ist klar! Wunderbar! Komm her, du! Kapschack! Schwing so langsam! Oookay! hab schon kaputt 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 jawohl einen apfel nämlich gold ein bisschen kannst du behalten das nämlich was die verbinden wir mal miteinander dann haben wir noch einen slot frei nein 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 run was ein wechsel wechsel so machen wir hier mal ach ich idiot das muss ich machen habe ich doch doch keinen mehr frei aber wenn wir noch einen über den weg laufen dann ich mag keine weg weg sind nervig und die spawne stop oh gott raven jahr hat mein sport nicht nicht an der richtigen stelle gesetzt und praktisch müssen gleich mal ändern morgen morgen leute so also spawne point setzen spawne point gesetzt was richtiges in die hand hier ha 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 so ha ha die methode und es gibt die richtige alter hat der loyalty hat er okay crap if you move okay Oh, okay. Huh? Ah! Shut up! ist mein Kuchen? Rangs, Nausea, Nausea, Instant Health Instant Turtle X Sweeping Edge Eirenohr Was ist das? Ich hab nichts Was ist das? Was ist das? Okay, damit kann ich arbeiten Was ist das? Brauch ich das? Weg, das ist zu weit Okay Das Ding kommt ja überhaupt nichts Weißt du was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dämlich nicht sicher Keiner weg Unglaublich, ne 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 Da musst du besseren Weg geben Meine Hose ist weg Meine Schuhe sind weg Alter, was für eine Reichweite habt ihr? Wisst ihr was? Ihr könnt euren Kram behalten So Der Fisch in die Axt Alter Durch die Wand? Durch? Drei Blöcke durch? Oh je Echt Da durch Unfassbar So Ich hab keinen Platz Was ist das? Crap Crap Oh Enchanting Wirst du was? Pfeif ich mir gleich mal Hör Oh Wie ist das? Pfeif ich mir mal Ich habe alles ... Anfänger 64 stück net ja es ist in manhattan trident Ich habe einen Schaden, einen Schaden, einen Schaden, einen Schaden. Wo bist du? Wecker! Gewoke! Crap! Okay, 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 okay. Was? Ich denke, wir gehen hier in diese Richtung. Ich habe keine Pickaxe mehr! Geh weg! Nein! Oh Gott, ein Vex! Respawn, okay! Wir müssen mal in die Richtung! Stop it! Wow, die jagen einen ja wer weiß wie weit! Ernsthaft? So! Wir brauchen... Boah, sind die nervig! Gibt's denn das? Haben kein Holz dabei... Aber hier... Tisch... Ja! So, wir brauchen... Und Holz! Und... Holz hier... Nee! Sweeping Edge... Booting... Zwei... Das ist alles ganz toll, aber... Holz... So was dämliches! Jetzt habe ich kein Holz dabei! Muss ich den ganzen Weg zurückrennen? Ah... Okay... Hilft dir nichts! So kann's gehen! Autsch! 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 Boah, ich hasse diese... Diese dämlichen... Treppen! Machisch! Fettisch! Das kann doch nicht angehen! Ohne Worte! Ohne Worte! Ohne Worte! Wisst ihr was? Das machen wir einfacher! Äh... Ich geh hinauf... Blockier meinen Respawn Point... Und lass mich killen! Gut! So werd ich's machen! So! Ihr werdet... mich nicht hier noch weiter... Kämpfen sehen! Mit dieser dämlichen... kleinen... vermurksten... Treppe! Auf hier! So! Hui! Gut! Ähm... Ja! Ich werd das so machen wie ich gesagt hab! Ich werd hier mal meinen Respawn Point ein bisschen blockieren! Und... Falsche... Lecker... Lecker Schmecke! So! Und dann... Lass ich mich killen! So! Also! Wo ist er? Okay! Hau zu! Respawn! Na klar! Natürlich genau der Punkt wo ich nichts hingesetzt habe! Ja logisch! Gut! Respawn! Ehrlich! Gut! Gut! So! Ich werde dann mal... Ja! Äh! Wieso? Du bist... Nee! Du bist das nicht! Oh! Diese dämliche Kuh! Okay! Das... Das wird so böse Händen für dich, Kuh! Das wird so böse Händen für dich! Okay! Also! Inventarleeren! Und dann... werde ich mich mal wieder zurück vorkämpfen dahin, wo wir als letztes gewesen sind! Ich hoffe ihr hattet trotzdem Spaß! Auch wenn das ein absolutes Chaos durcheinander! Ein Hin und Her! Und nichts Gutes war! Äh... Ja! Likes! Likes! Abonnieren! Kommentar hinterlassen! Das ganze gute Zeug! Und dann... Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Danke! Bis dann! Bis dann!